Hallo, es ist der 2. Februar 2009 und gegen 14.30 Uhr schätze ich mal. Ich sitze gerade am schönen Strand von Pahia, höre Tschigelige, Café Del Mar Musik und gucke aufs Meer. Aber guckt mal selber, ich führe euch mal rum. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habt ihr meinen Blick gesehen und ich muss mich jetzt dran machen und noch ein paar Karten schreibe. Ciao!